Catnap, Picky Piggy, Hoppy Hopscotch, Schlaf, Schade, Horror. Sie sind verschwunden? Das glaube ich nicht. Oh nein! Wo sind wir? Neue Testpersonen gefunden. Nein, verschont uns. Einschlafen. Ich muss raus. Oh, ist sie fertig? Nein. Kümmere dich um einen anderen. Nicht so schnell. Boxen? Lasst uns ein extremes Versteckspiel spielen. Die Smiling Critters kommen immer näher. Meine scharfen Krallen werden mit jeder Aufgabe fertig. Meine Karotte schlägt wie ein Hammer. Meine Münze. Alles, was ich habe. Gut. Zuerst werde ich sie mit meiner Waffe bekannt machen. Ich rieche den Duft der Angst. Lea? Kluges Mädchen. Piggy, sie in deinem nach. Kein Problem. Ich zerquetsche ihn gleich. Oh nein! Ja! Lea! Hoppy, mach dein Ding. Sie hat keine Chance. Wünsch dir etwas. Jünge Derme. Oh Mama. Hm. Die Kiste ist stabil. Oh. Oh Karotte? Das ist ihre Waffe. Ich liebe Gemüse. Was? Nur der Schwanz? Ich, ich. Ja, das Mädchen ist da. Weine nicht, Hase. Du bekommst ein neues Bett. Während sie mit ihren Tränen beschäftigt sind. Und eine neue Ernte anbauen. Das ist der perfekte Zeitpunkt zum Weglaufen. Tschüss Monster. Piggy, Hoppy. Was? Die Kiste ist leer. Jage sie. Es gibt so viele Räume in dieser Unterkunft. Welcher ist es? Ah, sie kommen. Die Critters sind näher dran. Ihr Ziel ist es, das Mädchen zu fangen. Und Experimente an ihr durchzuführen. Traue ihrem Lächeln und ihrem Plüschwellen nicht. Sie sind trügerisch. Freunde, wisst ihr, durch welche Tür Tessa gegangen ist? Die Tür von Catnap? Hoppys Tür? Oder Piggy's Tür? Hm. Wo ist sie? Ah. Seht alle in eurem Zimmer nach. Alles klar, Catnap. Wir hoffen, Tessa hat sich gut versteckt. Ich werde dich finden, kleines Mädchen. Bist du hinter dem Vorhang? Nein. Seltsames Rascheln. Was ist da? Haben wir... ...Mäuse? Ja, Mäuse. Das Mädchen im Pool. Sie wird mich verteidigen. Nimm das, du freches Schwein. Checkpoint. Ups. Warte nur. Du wirst nicht weit kommen. Es gibt keinen Weg aus dem Unterstand heraus. Mütter. Wohin sollen wir jetzt gehen? Die Treppe? Ist der Ausgang dort? Habt keine Angst. Oink. Aha. Wo gehst du hin? Oh. Haha. Ich bin nicht lecker. Ah. 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 Meine Ohren vertragen keine Ultraschallwellen. Die Tür ist zu. Bitte. Ah. Jetzt hab ich dich. Ah. Komm her. Nicht so schnell. Mach auf. Du kannst mir nicht entkommen. Es ist ein Abtraum. Mew. Catnap ist dabei, sich auf Tessa zu stürzen. Piggy startet auch langsam. Ah. Oh. Ich will nicht verweilen. Ah. Hüllebeule? Ah. Du bist ein schweres Schwein. Ui. Eine kalte Kompresse sollte dir helfen. Lass mich nachsehen. Die Beule ist weg. Tatsächlich. Es hat funktioniert. Wow. Ich bringe den Apfel zu seinem Besitzer zurück. Danke, Catnap. Wo ist sie schon wieder hin? Ist sie es nicht leid, wegzulaufen? Ich hoffe, es geht vorbei. Sie kann nicht weit sein. Ah. Meine Kralle. Halt sie um Mangel. Mein Lieblingsstuhl. Auf ihn wetze ich immer meine Krallen. Autsch. Das war's für mich. Oh. Hier bist du. Ah. Ah. Nimm sie. Hier ist das Ende. Nein. Was soll ich tun? Was für ein Horror. Puh. Ich will schlafen. Oh. Du hast mich verärgert. Ich will einfach nur nach Hause gehen. Wie wache ich auf? Stopp. Das Blühstirr muss geweckt werden. Oh weh. Geschlafen. Geschlafen? Steh auf, Kumpel. Oh. Das wird sie bereuen. Endlich bist du gewachsen. Ich muss mich leise verhalten. Meine kleine Karotte. Ich hoffe, sie merkt es nicht. Hör ab zu kauen. Hilf uns, die Versuchsperson zu finden. Was? Vielleicht ist sie in deinem Zimmer. Das hätte ich gemerkt. Schnüffelgeräusche. Alle drei Schnüffeln in der Luft. Sie ist hier. Sie wird nicht entkommen. Oink, oink. Es riecht nach nachhaftem Gemüse. Es ist ruhig hinter der Mauer. Ich werde mal nachsehen. Ich hoffe, es hat niemand bemerkt. Ups, ich bin allergisch gegen Pelz. Au. Ups. Da bist du ja, Kleines. Schau, ein Vögelchen. Wo? Wie ist es hierher gekommen? Die Treppe ist meine Chance. Es gibt keinen Ausweg aus dem Bunker. Mütter, müde vom Laufen. Oh, wo sind sie? Miau, hab dich. Komm her, kleines nerviges Mädchen. Wir zeigen es dir jetzt. Genug gerannt. Lass uns kämpfen. Ha, die Pose einer Kampfkatze. Ah. Komm schon, versuch jetzt zu fliehen. Ah. Mütter, was sollen wir tun? Oh, ich habe eine Idee. Kitty, Kitty, Zeit zum Essen. Miau, eine Delikartessenzucht. Bleibt nicht stecken. Haha. Und dein Anführer ist nicht zu furchterregend. Habe die Zeit gefunden. Stopp. Tessa ist schon wieder verschwunden. Sieh an, sieh an. Om nom nom. Ich bin nicht ich selbst, wenn ich hungrig bin. Tessa. Sie kann nicht weit gekommen sein. Beeil dich. Lass uns hüpfen. Mami. Ich bin des Laufens leid. Irgendwo muss es einen Ausgang geben. Vielleicht hinter der Uhr? Nein. Oder vielleicht haben sie das Loch mit Stühlen zugedeckt. Was für ein interessanter Knopf. Ein Ausgang. Oh. Endlich hat es dich erwischt. Dein Atem stinkt. So schlimm. Puh. Zeit zu verschwinden. Ein seltsames Gefühl. Catnab hat es übertrieben. Piggy ist wieder weg. Oh. Und Huggy konnte nicht verstehen. Catnab hat sich selbst eingeschläfert. Es stand auf der Kippe. Wie unheimlich. Drück drauf. Schlimmer kann es nicht werden. Ups. Endlich hat es Tessa nach Hause geschafft. Mein Zimmer. Puh. Monsterkreaturen. Ich hoffe, wir sehen uns nie wieder. Lebt wohl, Fängermonster. Puh. Warte. Meine Schwester. Puh. Du bist am Leben. Wie schön. Lucy, meine Liebe, ich habe dich so sehr vermisst. Umarmung. Jam, jam, jam. Oh. Oh, oh. Sieht so aus, als würden die Prüfungen weitergehen. Was? Ah. Friss mich nicht, bitte. Hör ich dich. Lass mich los, Tier. Ich vermisse meine Mama. Du hast es so gewollt, du böses Mädchen. Hilfe. Ist jemand in Schwierigkeiten? Beeil dich, komm rein. Es ist Betrug. Ich werde dich kriegen. Fast hätte ich's vergessen. Ich bin Mike, ein Wachmann bei Freddy's. Freut mich, dich kennenzulernen. Und mein Name ist Lucy. Setz dich hin. Von hier aus behalte ich diesen schrecklichen Bären im Auge. Ich überlege mir, wie ich sie da rausholen kann. Schon gut, schon gut. Ich habe eine Idee. Und diese Karte zeigt alle seine Bewegungen. Mal sehen, was er im Kopf hat. Hast du Angst? Das solltest du nämlich. Zuerst muss ich ihre Geheimnisse kennen. Das Abhörgerät ist bereit. Oh nein. Wir haben hässliche Gesellschaft. Heiliger Bim Bam. Hebe es auf. Es ist wie dich. Hallo? Was ist es? Du musst für fünf Nächte hierbleiben. Es ist ganz in der Nähe. Wir können uns nirgendwo mehr verstecken. Wir sind fertig. Das werde ich nicht zulassen. Geh zurück, Animatronic. Lauf, Lucy, renn. Es verfolgt mich. Ach, lass mich doch in Ruhe. Beweg dich nicht, böser Schatten. Das Mädchen wird von dem coolsten Wächter beschützt. Oh oh. Ah. Die erste Nacht ist vorbei. Warte mal, er ist nicht da. Weißt du, es ist noch ziemlich früh. Ich glaube, ich werde ein kleines Nickerchen machen. Das wird mir neue Kraft geben. Du schläfst schon? Dann schaue ich mich mal um. Raus aus den Federn, mein Schatz. Leckere Pfannkuchen stehen auf dem Tisch und du kommst zu spät in die Schule. Ah, meine Tochter ist aus ihrem eigenen Bett verschwunden. Sie kann doch nicht weggelaufen sein. Aber was, wenn das ein Streich ist? Komm raus, Lucy, das ist nicht lustig. Auch nicht auf dem Sofa. Ah, ich hab's. Ihr Lieblingsversteck. Aber sie lässt ihren kleinen Bären nie unbeaufsichtigt. Ich sehe, es ist an der Zeit, Profis einzuladen. Ich rufe an, um ein Verschwinden zu melden. Jetzt liegt alle Hoffnung bei der Polizei. Aber Lucy ist fest entschlossen, sich selbst zu retten. Ich erinnere mich an sie. Pizza essen, mitnehmen und essen. Gruselige Atmosphäre. Und Freddy sinkt. Das ist mein Weg in die Freiheit. Ich werde versuchen, unbemerkt dorthin zu gelangen. Regel Nummer eins. Verhalte dich einfach wie alle anderen. Darf ich mir ein Stückchen nehmen? Ups. Das Ende von Lucys Plan? Das hast du dir wohl eingebildet. Puh, das war ganz schön knapp. Ich eile zum Ausgang, bevor das Lied zu Ende ist. Nur noch ein paar Schritte. Fast geschafft. Du kannst nicht entkommen. Jetzt weiß ich, wessen Ballons das sind. Ich gehe ein Risiko ein. Was ist denn hier los? Ich habe ein schlechtes Gefühl. Die Nacht ist gekommen. Wo sind denn alle? Und die Pizzaliebhaber sind weg. Was soll ich als nächstes tun? Die Schritte kommen immer näher. Ist er hinter mir? Und ich habe mir Sorgen gemacht. Ah, ein Albtraum. Ich gehe zurück in den Raum der Wache. So, ruhig. Ah, ich bin's. Siehst du Freddy? Nicht hier. Vielleicht sehen wir ihn ja auf der Karte. Von dem Monster ist auch keine Spur. Seltsam. Er versteckt sich. Wer ist da? So viel Lärm. Im Namen der Gerechtigkeit. Händehochverbrecher. Das Geräusch kommt von hier. Ah, ich weiß, wer daran schuld ist. Weißt du dich, um nach Hause zu kommen, Kumpel? Es ist nur eine Maus. Mir ist fast das Herz herausgesprungen. Ich mache das Licht an. Die Energie geht schnell zur Neige. In der Tat. Es hat sich herausgestellt, dass mein Job sehr anstrengend ist. Dann lass uns im Dunkeln bleiben. Sparen über alles, oder? Warum ist es plötzlich so kalt? Es macht schon wieder diesen Trick. Schluss jetzt. Banzai. Puh, das war ein ganz schöner Kraftakt. Nee, so eine Energieverschwendung. Und das ist einfach furchtbar. Hallo. Hast du mich vermisst? Wie lange startet er schon? Pech gehabt, ich kriege Panik. Geh nicht näher ran. Ich habe eine mächtige Waffe. Das macht mir Gänsehaut. Einen Moment. Hallo? Er ist hier. Ah, Freddy hat sich in dein Zimmer geschlichen. Ich kann nicht sehen, wo er ist. Und was ist das für ein rotes Zeug? Ah. Was ist los? Das ist zu viel Horror für mich. Pst, Luke. Hör ab zu zittern. Die Nacht ist vorbei. Ciao, ciao. Wir haben einen tollen Job gemacht. Die Polizei hat sich geweigert, den Fall zu übernehmen. Dann werde ich meine Tochter eben selbst finden. Oh, eine Anzeige für die Pizzeria, in der wir waren. Aber die Informationen über Lucy sind viel wichtiger. Wo soll ich sie denn sonst unterbringen? Ich verstehe das nicht. Meine Plakate waren doch gerade erst da. Ich bin so gerissen. Puh. Es ist nutzlos, Mama. Und das Letzte. Hey. Auch weg. Ich werde dich auf frischer Tat ertappen. Diese verrückten Diebe heutzutage. Warum sollte jemand Plakate stehlen? Ist hier jemand? Der neue Morgen ist gekommen und alle Albtraumgestalten sind weg. Ich verstehe. Ah, der Boden ist Lava. Aber der Ausgang ist nur ein paar Meter entfernt. Nun, ich muss mutig sein, um nach Hause zu kommen. Kümmern wir uns um diese Falle. Schritt 1. Das Gleichgewicht halten. Das ist gar nicht so schwer. Und springen. Uppu. Ich hab's geschafft. Die dritte Kiste. Ah, diese Pizzeria stresst mich ganz schön. Ich glaube, ich habe schon eine Siegertaktik. Los geht's. Ups. Ich habe voreilige Schlüsse gezogen. Ich werde mich heute nicht verbrennen. Letzte Anstrengungen. Ja. Auf Wiedersehen, Lava. Lucy ist eine wahre Meisterin. So ein appetitlicher Geruch. Knusprige Pepperoni. Ah, es ist eine Pizzafalle. Ich sollte besser eine Diät machen. Ich werde ein Festessen haben, wenn ich nach Hause komme. Wollt ihr nicht? Neue Hindernisse. Wie viele davon gibt es denn? Lass mich nicht am Stichtür. Wo willst du hin, Mädchen? Ah, tschüss. Es ist Nacht Nummer 3. Was war das? Keine Bewegung. Knapp daneben. Komm nicht näher, Bestie. Ich glaube nicht, dass ein Ventilator helfen würde. Gib auf. Ah. Hallo, Lucy. Lass uns vorsichtshalber einen Blick auf die Karte werfen. Ich schalte die Überwachungskameras ein. Zeig dich, Fassbier. Wir werden ihn finden. Ja, da ist der Bär. Je weiter weg, desto besser. Ja, wir können uns erst einmal entspannen. Es ist ein bisschen langweilig, nicht wahr? Ich habe das Gefühl, dass uns jemand beobachtet. Meine armen Ohren. Ich kann es nicht ertragen. Genug geschrien, du Biest. Oh, endlich. Wir sind fertig. Diese Tür geht mir auf die Nerven. Aber ich habe meine wertvolle Energie verbraucht. Oh nein. Hilfe. Katastrophe. Boom. Das Licht hat ihn verscheucht. Ich beginne zu verstehen, was erschöpft bedeutet. Ich komme. Etwas Wichtiges. Ich bin's, Lucy. Nur ein paar seltsame Geräusche. Oh oh. Unglaublich. Erst genau über dir. Heilige Einhörner. Wie kann das sein? Ich fühle mich nicht gut. Mike, was ist das? Zurück zur Normalität. Wir haben die Nacht überlebt. Ich bin erschüttert. Was ist, wenn es Beweise in Lucys Zimmer gibt? Ganz allein in unserer großen Stadt. Das arme Ding hat sogar ihren kleinen Bären zu Hause gelassen. Da wir gerade von Bären sprechen. Sie hat die Regeln gebrochen und Freddy gepiext. Er ist bestimmt wütend geworden und hat sie in seine Pizzeria geschleppt. Hüte dich, Fassbier. Ich darf nicht aufgeben. Der dritte Versuch wird erfolgreich sein. Es ist leer und es sind keine Fallen in Sicht. Ich sage, Mike, dass wir zusammen rauskommen können. Aufwachen, Wachdienst. Immer am Schlafen. Ich habe eine Idee. Nicht stark genug. Lass uns etwas anderes ausprobieren. Musik wird helfen. Aufstehen, Stubenhocker. Fünf Minuten. Okay, lass uns zu extremen Maßnahmen greifen. Ein Konzert für den lieben Herrn Schmidt. Das ist ein Winterschlaf. Lass uns den bewährten Weg gehen. Unglaublich. Warte. Ich bin mir sicher, dass er nach so einem Trick einfach aufspringen wird. Acht und sieben. Schauen wir mal. Ich habe nicht geschlafen. Hallo? Warum rufst du an? Hey, es hat geklappt. Schnell, wir fliehen. Freddy passt nicht auf die Tür auf. Was ist denn mit dir los? Komm. Ich habe Angst. Mach nur einen kleinen Schritt. Alles klar. Zeit, aus meiner Komfortzone herauszukommen. Vorsichtig. Freiheit. Ah, bewegt dich. Okay. In mein Zimmer. Busch, Freddy. Ich kriege euch hier Hooligans. Wir müssen die Tür blockieren. Gut gemacht. Er ist stark. Lass uns noch mehr holen. Ich werde meinen bequemen Stuhl opfern. Und einen Hocker. Und etwas Grünzeug. Wir haben unser Bestes gegeben. Und eine Menge Energie verbraucht. Lass uns nachsehen, was die Karte uns zeugen kann. Er ist weit weg von hier. Und der Korridor ist still. Ich werde zu einer anderen Kamera wechseln. Die Meditation wird meinen Kopf freimachen. Oder auch nicht. Ich werde dich fangen. Er ist schneller geworden. Ich höre, du hast ihn sehr wütend gemacht. Freddy ist verrückt geworden. Er wird das Gebäude zerstören. Schrecklicher Ort. Entschuldigen Sie bitte, Sir. Du bist fertig. Tochter, du bist gekommen, um mich zu retten. Ich habe dich so sehr vermisst. Die Nacht ist vorbei. Dein Zimmer war ein Saustall. Es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Nein. Hinter der Tür ist ein gruseliges Monster. Was? Ganz ruhig, Baby. Es ist alles in Ordnung. Ich werde dich beschützen. Ich verspreche es. Lass uns keine Zeit verschwenden. Wie unzivilisiert von mir. Kommst du mit uns? Ähm, ich schlafe. Vielleicht ist er es einfach gewohnt, hier zu leben. Beeil dich, Lou. Tschüss, Mike. Das ist keine Umgebung für ein Kind. Dein Teddybär wartet. Singt er immer? Und er wird nachts wild. Keine Sorge, ich habe einen Plan. Lass mich das machen, Schatz. Ich habe immer netzliche Dinge dabei. Schau dir dieses Rezept für böse Bären an. Fangen wir an. Da ist ein Pizzateig. Wir müssen noch Zutaten hinzufügen. Bist du sicher, dass es hilft? Auf jeden Fall, Schatz. Das Gericht ist fertig. Bunt und süß. Ich will einbissen. Noch nicht. Wir haben die Chance verloren. Freddy wird uns fangen. Das werde ich nicht zulassen. Die Jagd beginnt jetzt. Lauf! Das wird nicht nötig sein. Was willst du, Bär? Was ist das für ein herrlicher Geruch? Oh, so ein leckerer. Die bösen Funktionen sind deaktiviert. Guten Appetit, Mike. Endlich ein richtiges Abendessen. Ich sollte es auch probieren. Oh nein, Vampire essen das nicht. Wieder ein dringender Anruf von der Arbeit? Hallo. Ja, ich bin gleich da. Bis gleich. Schätzchen, der Arzt wird dir jetzt helfen. Ein Vampir? Wie originell. Beschwer dich ruhig, du Kranker. Wie geht's gut? Aber mein kleines Mädchen. Mama, ich habe Angst vor dem Arzt. Schau dir ihre Nase an. Schauen wir uns das mal an. Ja, ein seltener Fall. Tut mir leid. Nur eine Amputation wird helfen. Auf keinen Fall. Nur eine Fadenamputation. Ein Scherz. Hat mich total aufgeregt. Armes Ding. Puh, er wird sich schon etwas einfallen lassen. Gib ihr eine Spritze. Dann ist alles weg. Ah, die Spritze ist zu groß. Das Einhorn kann diese Grausamkeit gegenüber seiner Besitzerin nicht mehr ertragen. Nein, nein. Das verstößt gegen die Grundsätze der barmherzigen Pädiatrie. Es ist wie eine Art Foltergerät. Naja. Harika. Nur ein bisschen tricksen. Und, voila. So hat das Kind keine Angst mehr. Ein kleiner Hornbrunnen. Es ist so süß. Mama, vertraust du mir deine Kleine an? Ich denke schon, Doktor. Dann vertraue ich auch dir. So ein erwachsenes Mädchen. Na bitte. Jetzt hast du Antikörper, um die Krankheit abzuwehren. Wow. Du bist wie ein Zauberer. Du brauchst mir nicht zu danken. Was ist falsch an meinen Methoden? Ich habe dir Anweisungen befolgt. Nun, werdet nicht krank. Und wenn doch, weißt du, an wen du dich wenden kannst. Weißt du, ich frage mich, was im Schädel eines Skeletts drin ist. Ich sehe Waben, ich sehe Honig. Es ist ein Bienenstock. Befeuchte die Injektionsstelle drei Tage lang nicht. Mama, ich wurde von einer Wespe gestochen. Was für ein Tag ist heute? Schell, in den Operationssaal. Beeil dich. Diese Wespen sind giftig. Hey Leute, bitte schreibt in die Kommentare, was man tun kann, um einen Bienenstich zu überleben. Seht euch diesen riesigen Stachel an. Beruhige dich. Ich glaube, ich habe eine Lösung. Einen Strohhalm. Wir werden ihn benutzen, um die Nadel auszusaugen. Nur nicht das. Niemals. Halte das Ding fern. Ich verstehe nicht. Jetzt habe ich zwei Strohhalme. Aber was sollen wir am Ende tun? Oh, richtig. Die Wespe hat ihren Stachel hinterlassen. Ah, eine Wasserspenderpumpe wird uns helfen. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun, Doktor. Wir beginnen jetzt mit der Operation, um einen Fremdkörper aus der Hand zu entfernen. Wie toll, dass ich immer eine kleine Tasse dabei habe. Ich glaube, wir haben sie. Da ist sie, diese lästige Nadel. Und schließlich müssen wir die Wunde desinfizieren. Gut. Butterklebe ein fröhliches Pflaster auf. Gib mir fünf. Ich habe auch versucht zu helfen. Biene, Biene. Oh. Oh. Okay. Sieht aus, als hätte ich mir eine Erkältung eingefangen. Viren sind in unserem Krankenhaus nicht willkommen. Wir müssen dich untersuchen. Bin ich schnell? Also gut. Ich brauche ein Stethoskop. Lass es uns noch ein bisschen aufpeppen. Es sind ansteckbare Reißzähne. Ich glaube, mein Witz wird ihr gefallen. Hey, Kleine. Komm mal her. Was für eine Art von Foltergerät ist das? Mama. Auf keinen Fall. Entkommen. Der bist du ja. Du gehst doch sowieso erst, wenn du gesund bist. Hilfe. Ein Monster ist hinter mir her. Was für ein lustiges Spiel. Schneller. Ups. Du verhältst dich heute ziemlich seltsam. Ich kann nicht mal mehr spielen. Und warum haben alle Patienten so viel Angst vor mir? Ein bisschen aufgewärmt. Toll. Hier gibt es Reißzähne. Sie sind gefälscht. Nein, es ist zu kalt. Was können wir tun, um es der Kleinen bequem zu machen? Ah, ein Hörband. Ich habe tatsächlich eins in meiner Handtasche. Herr Doktor, ein kleines Upgrade für dein Instrument. Tolle Idee, Mama. Müssen Patienten nicht ein bisschen leiden? Jetzt wird mir nicht mehr kalt. Nicht atmen. Atme. Ja. Atme nicht mehr. Jetzt atme. Atme. Atme nicht. Es ist offensichtlich, dass sie eine Lungenentzündung hat. Sirup und Tabletten sollten helfen. Fühlst du dich jetzt wohler? Du hast eine Pause. Viel Medizin. Nein. Ich nehme es nicht. Mehr Medizin. Mehr Pillen. Du kannst nicht so unhöflich zu jungen Patienten sein. Was sehe ich denn da? Chopper Chops. Ich habe einen Plan. Gib mir die Pillen. Sie trauen mir wieder nicht. Frustrierend. Einverstanden? Ich bin schon dabei. Wir müssen strikte Sterilität wahren. Hände tragen so viele Mikroben in sich. Fangen wir an. Gummibärchen tun nicht weh. Keine Sorge. Verdächtige Stille. Krankenschwester. Leg den Gegenstand in die Tasche. Ausgezeichnet. Also die Operation Hustensaft Lollipops. Entschuldigung, wir brauchen deinen Stock. Dieses Rezept ist einfach. Nur eine Zutat. Sirup. Also gut, in Formen gegossen. Wir haben die Sticks repariert. Und wir legen die Bonbons in den Gefrierschrank. Sie müssen gut gefrieren. Blake ist ein sehr geduldiger Arzt. Die Arbeit mit Kindern ist seine Berufung. Sieht aus, als wäre es geschafft. Sollen wir unsere reizende Patientin mit ein paar Süßigkeiten verwöhnen? Zeit für den Nachtisch. Süße sie dir nur diese kleinen Bären an. Ja, cool. Na, das ist ja wunderbar. Wie wäre es mit Chopper Chops? Es ist so lecker. Sie haben den Weg zu dem Mädchen gefunden. Was jetzt? Sie erstickt an dem Stock. Hör ruhig. Das ist ein Eingriff in die Privatsphäre, mein Schatz. Ich werde dir eine Lektion erteilen. Du hast uns wirklich erschreckt. Verschwinde, Partner. Um einen anhaltenden Husten auszuschließen, musst du geröntgt werden. Es ist irgendwie nervenaufreibend. Weiß er denn, was er tut? Also, Doc. Oh je, armes Ding. So jung. Wie kannst du überhaupt stehen? Halt dich fest. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir dir helfen können. Nimm es umsonst. Ah, ist er wirklich zurechnungsfähig? Der nagt natürlich zu Übertreibungen. Was hat er zu dir gesagt? Meine Ergebnisse sind schrecklich. Beruhige dich. Deine Röntgenbilder sind perfekt. Juhu. So ein Scharlatan. Ich werde mich beschweren. Epic Fail. Gott sei Dank, das liegt jetzt alles hinter uns. Jetzt kann ich sogar aufs Bett springen. Was für ein lustiger Tag. Aua. Die Decken sind so niedrig. Das tut weh. Oh. Genau das, was ich brauchte. Autsch. Maya. Was jetzt? Stimmt etwas nicht? Ich habe mich selbst geschlagen. Ich habe eine Lösung. Schneide sie einfach ab. Nein. Gib sie mir, Kumpel. Wo ist er hin? Was? Hallo Kinder. Habt ihr mich nicht erwartet? Ups. Hilf unserer Kleinen. Mein Frost wird helfen. Oh. Irgendwas stimmt mit meinen Händen nicht. Gib diesen Likes einen Schub. Und die Macht wird zu mir kommen. Genau so. Was für ein Amateur. Ich habe dich erkannt. Ja. Meine Hände können wieder einfrieren. Was? Die Beule ist verschwunden? Danke. Ich habe Geschenke dabei. Wie nett. Oh nein. Köstlich. Oh. Warum tust du mir das an? Tut mir leid Mama, ich habe dir keine. Denn meine Zähne sind ein bisschen schmutzig. Sie sind dunkler als der größte Dreck. Wenn das Karies ist, dann sind deine Zähne am Ende. Machst du mal den Mund auf für Onkel Doktor? Auf keinen Fall. Es ist nicht beängstigend, sondern so. Schauen wir mal. Oh, es ist alles schlecht. Jeder Zahn ist betroffen. Sogar mein Zahnlöffel ist jetzt unbrauchbar. Ich fürchte, ich werde dich wieder enttäuschen. Aber eine Extraktion ist hier unvermeidlich. Was für ein Ungeheuer. Hab einen Moment Geduld mit mir. Gib mir die Zange. Warum die Zähne herausziehen? Sie müssen gereinigt werden. Tritt zurück. Lass uns versuchen, das Problem mit dem Rezept meiner Oma zu lösen. Warte mal. Mama bekommt eine Banane. Das Mädchen bekommt die Schale. Tolle Idee für einen Snack. Schau. Du nimmst es einfach und putzt dir die Zähne. Versuch es. Okay. Maya folgt dem Rat des Arztes. Und tatsächlich. Der Lächeln wird wieder perlmuttweiß. Was für ein toller Zahn. Ich muss wohl meinen Beruf wechseln. Und es ist Schlafenszeit für die Kleinen. Du hast die Schale fallen lassen. Jemand muss ins Heu gehen. Schon? Hier. Nimm eine Decke, damit dir nicht kalt wird. Und der beste Schlafkumpel ist ein ausgestopfter Teddybär. Maya ist so schnell eingeschlafen. Ihr zwei. Es ist auch Zeit, ins Bett zu gehen. Aber ich bin nicht müde. Ich auch nicht. Ich schlafe mit Vergnügen. Tschau. Schlaf gut, Süße. Ich glaube, ich werde auch ein Nickerchen machen. Süße Träume, Doc. Überraschung. Was? Sowohl dort als auch hier? Mrs. Wheeler, die Vampirjägerin. Aber es wird unser kleines Geheimnis bleiben. Kapiert? Ich arbeite immer undercover. Du bist schockiert, oder? Erschrocken und erstaunt zugleich. Und jetzt werde ich noch eine weitere Kreatur mit Fängen erlegen. Du musst nur noch die Waffen laden. Hier, nimm das zur Selbstverteidigung. Weißt du, wie man schießt? Hast du verstanden, wen wir jagen? Ja, ja. Fertig? Sieht so aus. Dann lass uns anfangen. Ich wusste, dass du kommen würdest, Aline Wheeler. Ich bekomme ein bisschen Angst. Mama, lass uns im Zimmer nachsehen. Ja. Moment mal. Lea? Seltsam. Sehr seltsam. Und wo ist Dr. Blake? Also gut, Herr Vampir, lass uns Verstecken spielen. Maya, wach auf. Du bist in Gefahr. Haha. Wir haben das Ziel gefunden. Ich weiß, was zu tun ist. Was? Ups. Bleib. Eine Kugel für dich. Und auch eine Kugel für dich. Ich liebe dich. Ich bin wieder ein Mensch. Puh. Was? Diese riesigen Reißzähne sind weg? Fantastisch. Du hast uns gerettet. Willkommen zurück, Kollege. Hey. Nicht so laut. Ich war eigentlich am Schlafen. Warum schreist du so? Ich bin wieder... Ich bin wieder. Vielen Dank.